so an den seiten bin ich also sicher nein ich kann heulen ich mache auch noch so viele fehler die nicht sein müssen und ich habe gar kein leben mehr das ist das problem sonst wäre das nicht so das problem nein da hat mich da geht er darum da geht er da und habe ich noch zwei continuous mit jeweils zwei leben aber ich muss diese ganze welt noch mal spielen das war halt so gang und gäbe damals könnte man einem menschen heute gar nicht mehr anbieten heutzutage mit den heutigen spiele vorzügen keine ahnung wie man das nennen soll dass das das will ja gar keiner mehr spielen was ist das denn meine finger tun noch ein bisschen weg muss ich sagen also man braucht keine aktuellen shooter spaß zu haben ich habe hier guten spaß so muss ich warten bis er wieder zurück kommt und dann kann ich hier nein wusste eigentlich dass er da rauskommt aber neuer so jetzt muss ich hier mit fahren und bin durch oder aber geht ja nämlich mit kommt man denn da nach oben hin das ist wieder hier so eine sache um diesen roten robin dazu kriegen aber ich bin direkt hier mit drei leben noch die chancen sind also sehr hoch dass ich es diesmal schaffe man muss ja nur die in die mechaniken die die muster einfach nur auswendig lernen wenn man was macht wenn man das nicht machen soll was ist nicht hier so ungefähr stehen verpasst ja gut dann wirft den stab noch mal da habe ich habe ich mich kurz verdrückt da ärgert mich ein bisschen das war der dritte wie oft muss ich den denn jetzt noch treffen fünfmal sechsmal wirft den stab vier mal wieder schneller glück nicht oh fuck damit habe ich ja gar nicht gerechnet ok mit dem ruf habe ich ja gar nicht gerechnet dass er die zweimal direkt aus sagt so ich habe neun herzen und zwei leben plus noch ein continue plus ja die müssen nun mal habe zweimal nein was passiert denn wenn ich hier bleibe nichts und dreimal so so ducken ein bisschen oh vier mal aber ich habe es mit zwei leben verloren drei drei herzen verloren hat noch sechs ok es kann also sein dass er das nochmals bond und zack fünfmal und ich glaube beim sechsten mal geht er down aber ungewöhnlich dass er das dass er so lange aushält normalerweise dreimal wie bei mario halt ne 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 hier ist wien abu und der sultan ich muss aufpassen dass mein es nicht so aussieht wie ein j oder so letzter kampf okay okay letzter kampf ein continue habe ich glaube ich noch plus zwei leben und mit neuen herzen okay noch ein kampf und schwitzige hände aber die continue sind ja egal wenn es letzter kampf ist ich habe ein passwort aber eine cobra hierin kann ich mich wiederum erinnern an diesem kampf aber ist ja auch klar irgendwie an endkämpfe muss man sich ändern das war jetzt eher zufall aber das ist ein eier weiß es nicht ach so ich habe ihn jetzt schon dreimal erledigt ich schätze den auch sechsmal nein viermal er kommt mir aber auch so gefährlich nah ekelhaft ekelhaft sowas wenn der bildschirm so breit ist und der mir trotzdem so eine auf die pelle rückt das war auch im endkampf von diesem hier mit mickey und google und donald das game kann ich hier noch nicht auf den kopf hüpfen das klappt noch nicht ganz das 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 ich